Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gampel. Ich bin heute wieder auf die Jagdler Ticket und heute habe ich das Spiel Glanz of Chloride. Viel Spaß! Ok, und da sind wir... Ich habe kein Sound. Was ist hier los? Warum kein Sound da? Ich muss jetzt die ganze Zeit singen. Ärgerlich. Naja, egal. Auf jeden Fall. Aufi! Warte mal, ich habe keine Idee. Ah, meine Frau. So, da ist sie. Oh, war das die Freundin Alice im Wunderland? Die Böse Königin? Ich werde als erstes alle roten Punkte einsammeln. Oder warte mal, ich mache was anderes als erstes. Anreue? Nein! Nicht Anreue. Ok. Verbesser. Help. Ich brauche Help dafür. Abhebeln. Neu einzahlen. Anlegen. Das ist mein. Ein Monat. 50 Prozent. So ein Konto möchte ich auch geben. Da wäre ich schon Millionär. Oh, was brauchen wir denn? Wir brauchen Getreide. Das machen wir nicht. Aber vielleicht später. Ja. Ausbilden. Verbessern. Level in 40 Minuten. Ausbilden. 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 Die kann ich nicht verbessern. Hat nur die besten Kanonen, die es gibt. Bei mir ist zumindest. Ausbilden. Allianz. Spenden. Spenden, spenden, spenden. Oh, sind Spenden. Okay, jetzt da ist unser Punkt. Alle neuen Sachen einmal wegdrücken. Okay, jetzt da ist unser Punkt. Okay, in sieben Tagen ist jetzt das mein neues Bild. Hm. Ich hole mich gleich auf einmal an. Sorry. Ah, da muss ich auf der Dingensseite gehen, damit ich es ablaufen. Okay. Jetzt haben wir hier noch eine Schießbude. Ich darf zwei mal schießen. Oder nicht. Dann schießen wir hier ein bisschen. Oh. Schlusslevel. Ich hab's in. Jetzt geht's los. Und. Ich hab's in. 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 20 Minuten. Ah, okay. Die Akademie. Ich muss was forschen. Ich hab's in. Ich hab's in. Ich hab's in. Eine Wirtschaft. Da. Vorschein. Ah, okay. Improftiv Was ist das bei mir? Woh! 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 Überherstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und da ist noch ein roter Punkt da ist 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 ein roter Punkt eine Nachricht w0 n n n n n Vielen Dank. Okay, ich würde sagen, das war es aber schon für heute. Ich würde in mein Dorf rein, in meine Stadt, in meine Festung. Und... So, ein Spielspiel. Ich bin auf Level 5. Da, links. Ah, nochmal. Das ist auch ein bisschen lecky. Links. Jawohl. Und jetzt rechts. Das hier? Ne. Ah. Geschenkssende. Habe ich nicht. Ich bin auch... Ah, warte mal, ich würde noch. Säge. Okay, sie haben mich schon gesegnet. Noch zwei andere. Bestimmt nur andere Haarfarbe. Oh, Internet ist wieder ein bisschen lecky. So, gut. Dann würde ich mal sagen, das war es. Fehlt hier noch was? Ja. 1, 2, 3. Alle an Arbeiten. Alle trainieren. Nicht an Arbeiten, an trainieren. Ach. Jetzt können wir auch noch alle machen. Schauen wir mal. Hier rechts sehen, wo ich bin. Und dann muss ich... Am besten nur die Schatztruppe hin. Ach. Kann ich. Oh, okay. Als du da weiter geradeaus, kommt dann der Boss. Ja. Ja. Mm, 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 mm. Dann ist da der Boss drin. Aber wenn ich gegen den Kämpfer habe ich verloren und alles verliere ich meine Sachen in der Tasche. Und deswegen werde ich die mitnehmen und aussteigen. Ja. Somit habe ich die Materialien, die ich gefunden habe. Und... Und, und keine Ahnung. Und hoffen wir euch die Materialien. Aber ich muss noch trotzdem die Runde aufs Ende spielen. Weil ich muss ja den Boss noch besiegen. Aber das ist stark für mich. Den schaff ja nicht. Beide ich auch nicht. Ich habe noch nie überrascht. Und, um... ... ... Boah, wie viel greifen mich hier an? Drei Leute? Na gut, ich würde mal sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen, ich will mein Ticket noch ab und dann war's das für heute. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, tschüss.